Nach einem Titel gewinnen erst mal? Ein Bier. Nach einer hohen Klatsche, was machst du da? Dreh dich in den Rasen kaputt. Blau, weiß, höre Neuendorf. Ist für mich? Ein geiler Verein. Fußball ist für mich? Mein Leben. Der beste Halbzeitsnack ist? Atmos und Bier. Der Spaßvogel unserer Mannschaft ist? Das Team. Das ganze Team. Pokal oder Ligaspiele? Ligaspiele. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Als Flügelspieler braucht man? Schnelligkeit. Und unsere Mannschaft ist die beste Wahl? Einfach ein geiler Team sind, jeder mitzieht.